Sieht aus, als gäbe es dort ein kleines Problem. Oder sagen wir besser, einen Notfall. Das ist zwar nur ein Modell, aber anhand davon lassen sich gefährliche Situationen ganz ungefährlich darstellen und richtiges Verhalten kann eingeübt werden. Und darum geht es in diesem E-Training. Meine Güte, was ist denn hier los? Ich glaube, es brennt. Ich mag mir das gar nicht vorstellen. Aber wenn ein Mensch brennt, dann darf man ihn keinesfalls weglaufen lassen. Der Luftzug würde die Flamme erst recht anfachen. Nein, nein, das stimmt ganz und gar nicht. Was ist das denn? Sehen Sie nur, all diese Brand- und Rettungszeichen müssen noch angebracht werden. Könnten Sie das bitte für mich übernehmen? Mit jedem Notfallszenario, das Sie durchspielen, können Sie ein Stockwerk retten. Wollen wir loslegen? Wollen wir loslegen? Okay. ätig. Vielen Dank.